Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu, wer ist der Scheiß? Bloons Monkey City, das war's. Es ist ein bisschen was passiert und ich bin gerade ein bisschen traurig, dass es das Spiel irgendwie nicht auf Steam oder so gibt und man es nicht im Fullscreen spielen kann, weil diese Stadt wird allmählich unübersichtlich ein bisschen. Oh, was haben wir da oben? Irgendwas Leichtes? Offenbar. Und den Bloon Beacon? Machen wir mal. Mist, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, was die höchsten Dingsis waren, aber wird schon passen. Zudem habe ich ein paar Level 3 Upgrades inzwischen. Leck, leck. Dieses hier zum Beispiel, was vieles einfacher macht. Schießt jetzt nämlich zwei Shurikens auf einmal, das ist definitiv eine ganz angenehme Sache. Zudem habe ich mir beim Boomerang Thrower inzwischen das dritte Upgrade im ersten Slot quasi gegönnt. Also die, Gott, wie heißt denn das? Glaive Ricochet? Das spricht man im Englischen garantiert nicht so aus, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, ja. Und damit kann man dann inzwischen doch auch einiges anfangen. Hm. Wenn hier Elite Balloons kommen, habe ich so richtig gelitten. Hoffen wir einfach, dass keine kommen. Lies sich so schwer erkennen. Immer mit diesem... ...Bloon Stone Pillar Token Dings hier drüber. Das ist immer so, ja, hm, okay. Man könnte dann natürlich, bevor man das Ganze startet, auf die Beschreibung gucken, aber das wäre ja auch für zu einfach. So. Genau, ihr seht schon, ne, hier den Spaß jetzt auch. Äh, wie gut das funktioniert oder wie super das ist, äh, sieht man hier nicht so richtig gut. Kann ich euch aber gleich in einer anderen Map zeigen, wo wir eh was vorhaben. Ich habe nämlich immer noch die Quest offen, dass wir ein Teil mit, äh, Special Terrain... Terrain einnehmen müssen. Und, äh, das machen wir gleich mal. Wenn der Spaß hier fertig ist. Ach, na, wenn das so ist. Dann machen wir das doch so. Das sieht ganz gut aus. Das sollte easy funktionieren. Ja, läuft. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt auch noch wieder den Boss verfügbar. Da ist jetzt aber, glaube ich, schon Level 3 dran. Ja, Fight Boss. Oh, und wir haben ein neues Package bekommen. Das ist sehr schön. Mal gucken, was da Spannendes drin ist. Mehr Monkey Knowledge. Uh, was blaues. Blau ist immer gut. Hm, okay. Zweimal Wildcard ist jetzt so mehr. Ach so. Ach, das eine war... Moment. Auf was habe ich denn die Wildcard jetzt ge... Hallo? Okay, auf was auch immer ich jetzt auswissen, die Wildcard gezogen habe. Aber wir haben jetzt zwei Wildcard-Packages. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich... Doch, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher. Ich möchte auf jeden Fall den Bombshooter noch ein bisschen. Bringt halt alles nix hier, ne? Ah, okay. Die andere war da jetzt einfach stecken geblieben damit. Das ist okay. Ähm... Einfach mal den Bombshooter... Ich weiß nicht, was bringt denn der auf Rang 3 überhaupt? Uh, Attack Speed. Attack Speed ist super. Prinzipiell lohnt das alles auf Rang 3 irgendwie. Also es gibt wenige Sachen, bei denen ich sagen würde, ne, die möchte ich eigentlich nicht haben, weil ich sie selten benutze. Selbst die Tag-Shooter nicht. Selbst die Tag-Shooter können gerne höher, weil die Tag-Shooter werden später noch ganz gut. Ah, ein dürftiger Ausbeute. Ähm... Na, kriegen wir damit das Ding auf 3? Ich glaube nicht. Hm... Wahrscheinlich gerade so nicht. Naja, das reicht nicht. Damn it. Schade eigentlich. Naja, beim nächsten Mal dann. Okay, aber das wollten wir eigentlich auch gar nicht machen. Wir wollten uns eigentlich um die Wattle Trees kümmern. Die stehen hier immer noch rum, mitten im Gelände und sind noch nicht eingenommen. Aber vorher... Äh... Gucken wir mal ganz kurz, was die Upgrades angeht. Oh, ich hab schon wieder 6.000 Dollar. Sehr schön. Ähm... Ja, also bei der Monkey Village habe ich im Moment noch nichts gemacht, was relativ unnütz ist. Äh... Ich brauche eigentlich das... Eigentlich brauche ich das alles. Wir brauchen erstmal das. Äh... Ja, hier habe ich mir, wie gesagt, das Dritte geholt. Äh... Hier habe ich mir das Dritte geholt. Hier habe ich mir das Dritte geholt. Das werde ich so schnell einfach nicht benutzen können, weil es in-game, also auf der Map einfach über 6.000 kostet, das zu... ...lernen. Äh... Hier habe ich mir Deadly Procesition geholt, was auch relativ nice ist. Damit können die Sniper nämlich mit einem Schuss... Ähm... Wie heißt es denn jetzt? Ich will Camouflage sagen, aber ich meine Keramik. Äh... Mit einem Schuss Keramikballons. Also komplett wegmachen. Also samt der kompletten Sachen, die in einem Keramikballon noch drin sind. Äh... Das ist ganz nice. Das kostet zwar in-game, also das kostet in-game schon irgendwie über 2.000 und das kostet dann nochmal 3.800 oder so. Das ist halt arschteuer, aber dann auch richtig gut. Äh... Da sind wir auf 2.2. Ja, das mache ich nur so pro forma mit. Äh... Hier bin ich gerade dabei, das Dritte zu leveln, weil... Moment. What? Achso, ich habe es gerade verwechselt mit der Spike Factory. Ja, hier bin ich dabei, das Dritte zu leveln, weil ich eigentlich dann das Vierte haben will. Weil Ring of Fire ist ziemlich super. Also 4.2 Tech-Shooters, also wenn ich irgendwas 4.2 oder 1.3 oder sonst irgendwas nenne, dann geht es immer erste Upgrade-Schiene, dann zweite Upgrade-Schiene von dem Tower. Und 4.2 ist in dem Fall, ne, das Upgrade und das Upgrade. Also abgesehen von Zeppelin machen die halt alles weg. Mit 4.2, das ist schon ganz ordentlich. Hier habe ich mir das Spikeball Factory Upgrade gegönnt, das ist auch ziemlich nice. Das sehen wir eventuell auch diese Folge noch. Hier habe ich endlich den Mob Mauler, der war auch dringend nötig. Äh... Hier bin ich gerade dabei, den Cleansing Foam noch zu erforschen. Das... Äh... Das ist auf 2.2 und da hier unten habe ich noch nicht viel gemacht. Hier könnte ich jetzt... Oh, das will ich... Ah, das kostet aber 4.000, das ist arsch teuer. Ah, hilft ja nichts, ne. Will ich hier erstmal Super Range haben? Das kostet auch 4.000. Oh, ist alles so teuer. Alles ist alles so teuer. Ja, es ist alles so teuer. Ja, gut, beim Blooms Research Lab mache ich natürlich nichts mehr. Ah, komm, gib mir erstmal das. Passt schon. Alright. Ähm... Ja, dann machen wir doch erstmal die Wattle Trees, würde ich sagen. Die schaffe ich auf jeden Fall, das weiß ich. Das habe ich schon mal angetestet, aber nicht fertig gemacht. Aber das geht auf jeden Fall. So. Eigentlich ist es auch fast egal, wo ich die platziere. Eins, zwei... Und das dritte. Ich glaube, den Rest kann ich mir sogar schenken. Und dann gucken wir gleich mal. Also besonders schön ist es eben, wenn die Blooms relativ dicht zusammen sind. Ihr seht schon, der haut hier einfach so eine ganze Bahn in eins weg. Das ist halt schon... Nett. Also es ist einfach so ein massives Upgrade dafür. Einfach so... So übertrieben stark einfach. Und für die Kosten dann halt auch irgendwie völlig okay. Naja, und der Spaß hier ist eben, also wir dürfen wirklich nur die Teile benutzen. Also wirklich nur die Boomerang Thrower. Wir kriegen aber alle drei Runden einen kostenlos, glaube ich. Irgendwie so. Oder alle vier, weiß ich gerade nicht. Irgendwie, wir kriegen halt alle paar Runden einen kostenlos. Können aber selber auch noch weitere bauen. Was wir definitiv auch tun werden. Was wir definitiv auch tun müssen. Aber erst mal warte ich mal, bis ich den hier weiter aufleveln kann. Das ist halt so krass, wie viel der vorne einfach abräumt. Der hat jetzt halt schon einfach über 1000 Kills. Wenn man das Kills nennen kann. Eher Pops. Aber das klingt irgendwie komisch. Kurz der Blick zum Mischpult zur Sicherheit. Nicht, dass ich hier gleich wieder nachsynchronisieren muss. Aber ich war mir auch zur Sicherheit, dass ich es angemacht hatte. So. Was noch dem mit? Und dann, ja, ist der Drops hier eigentlich schon so gut wie gelutscht. Also wir bauen hier jetzt immer noch ein bisschen nach, natürlich. Sicher, sicher. Könnte ich hier nicht... Da schön halt mal unter den Baum stellen. Der nimmt hier noch so halbwegs die Kurve mit. So halbwegs. Und so in ein paar Waves fängt das an, dass wir dann auch richtig viel Geld kriegen. Weil dann einfach massiv viele Blooms kommen. Also es sind ja jetzt schon nicht wenig. Aber das wird definitiv nochmal mehr. Abgesehen davon bin ich gerade unfassbar müde. Aber das liegt auch daran, dass es für mich demnächst Zeit ist, ins Bett zu gehen. Irgendwie ging das gefühlt beim Antesten schneller. Aber nun ja. Ich kriege schon wieder einen Grad. Das ist ja unglaublich hier. Den tun wir ganz nach vorne. Und dann leveln wir. Uhuhu. Da kommt doch noch ein bisschen was. Aber mit drei Ricochet-Tauern sollte das eigentlich ganz easy machbar sein. Also ich hatte beim Antesten dann glaube ich irgendwie alles, was ging. Das waren am Ende so neun oder zehn. Und das war so, ja okay. Die Blooms sind halt irgendwie nicht mal bis hier gekommen. Vielleicht gerade so noch. Ach, dann ist der ja auch schon fast voll. Ja, okay. Ja, ihr merkt, langsam geht's schnell. Warum ich den da hinpacke? Ich hab keine Ahnung. So. Einplatziert und schon voll aufgelevelt. Also dadurch, dass jetzt echt so viele schwarze, weiße Zebra, Rainbow, Leap Blooms kommen, die geben halt richtig Kohle. Das macht sich dann schon bemerkbar. Also eben auch, weil sie in der großen Menge kommen. So, jetzt kann ich den hier platzieren. Den kann ich doch auch direkt wieder voll aufleveln. So, Drops gelutscht. Der kann meinetwegen auch mal auf den stärksten schießen. Tja, tja mein Junge, schieß mal auf den stärksten, weh. Krieg ich halt nur einen hinpacken? Das ist halt so... Blah. Also das, was da steht, reicht jetzt eigentlich schon. Naja, fast. Aber es ist jetzt halt auch echt kein Thema mehr noch, da noch mehr nachzubauen. Ah, Keramikballons kamen tatsächlich noch. Aber selbst die werden jetzt halt easy weggemacht. Einfach ob der Masse der Tower. Also wäre halt deutlich schwieriger, wenn man nicht selber Tower nachbauen könnte. Also wenn man wirklich auf die kostenlosen Dinge angewiesen wäre. Das wäre schon ein bisschen Hardcore. Aber so... Ich hatte hier unten noch einen stehen. So schön in der Kurve, aber... Das kann ich mir jetzt, glaube ich, auch schenken. Ja, wobei, so ein paar Pops kriegt er noch. Das ist einfach so absurd. Das ist so absurd viel, was hier angerauscht kommt. Und es ist so total egal, weil... Ne? So, und das war's. Einen kostenlosen Krieg vielleicht noch? Aber läuft, würde ich sagen. Ja gut, das sützen wir jetzt einfach mal aus und gucken, was da noch so passiert. Finde ich ganz okay. Sind hier auch nur noch zweieinhalb Waves. Ich nutze das mal ganz kurz, um ganz dreist einen Schluck zu trinken. Ich habe mich unfassbar Durst. Entschuldigung. So, vorletzte Wave. Kann ja so viel nicht mehr passieren. Ach so, eine gigantische Menge Keramik bei uns. Oh, wir kriegen noch einen kostenlosen, den, äh... Den Scheiß drauf stelle ich jetzt einfach irgendwo hin, weil es halt auch völlig egal ist. Wie wir halt einfach am Ende fast 10.000 Dollar überhaben. Okay, kann man machen. Keiner durchgekommen. Gute Sache. Das Ding. Bonus Cash 6000. Das ist richtig nice. Außerdem 25 Blumestones, 500 XP. Ohne einen Enchanted Boomerang. Oh, nice. Behold of this special weapon empowers all Boomerang-Throwers with one Pierce. Okay, nice. Das ist cool. Passend mal haben wir die Quest abgeschlossen. Gute Sache. Gute Sache. Chanted Boomerang. Cool. Ich glaube, den hatte ich noch nie. Äh, ich habe übrigens... Äh, ich weiß gar nicht, ob man das gerade schon gesehen hat. Äh, hier irgendwo war eine Kiste. Hier? Ja, nee. Ich glaube, hier war eine Kiste. Oder habe ich das in der zweiten Stadt gefunden? Ähm, wir gucken mal ganz kurz rüber in die zweite Stadt. Äh, in der zweite... Ich habe irgendwo eine Kiste gefunden mit so, äh, Camo Dust drin. Oder Camo Dust drin. Ähm, kann ich eventuell gleich mal kurz in einem Level zeigen. Äh, ffff... Oh, übrigens kleiner Fun Fact am Rande. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Map gerade finde. Hab ich die schon gemacht? Ist das die? Hatte ich die schon? Das war bestimmt die, oder? Äh, Mist. Äh, es gibt halt eine Badlands Map. Also eine, so eine Canyon, Hügel, Sand, Dün, irgendwas Map. Die quasi exakt eine Fluss Map ist. Nur, dass der Fluss quasi ausgetrocknet ist. Das ist mir früher nie aufgefallen. Aber ist so. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich finde wahrscheinlich beide... Hier war in Wirklichkeit die Kiste, glaube ich. Mit dem... ...Stab drin. Genau, die ist das. Ähm... Ich mach die jetzt nicht, weil ich schaff die eh nicht. Aber... Äh, habt ihr vielleicht gesehen, ne? Allein die Bahn hier mit den... ...zwei Punkten, ne? Das ist normalerweise halt alles grün. Das in der Mitte hier ist sonst eigentlich alles Wasser. Ähm, ist mir vorher echt nie aufgefallen. Aber fand ich mal so ein ganz nettes Detail. So, ansonsten ist, äh, ich hab das jetzt gar nicht, äh, groß besprochen. Die zweite Stadt hat ein bisschen gewachsen. Äh, ist einfach mal Level 10. Äh, ist... Ich hätte gern entweder die Funktion rauszuscrollen oder wirklich ein Fullscreen. Das ist so... Das Ganze hin und her scrollen ist so... ...meh... Aber nun ja. Mh... Oh, mir fällt grad auf. Wir können hier noch was hinbauen. Da will ich, glaube ich... Habe ich da Strom für? Ja, mein Strom geht langsam zur Neige. Muss ich mir was überlegen. Äh, da will ich aber ganz gern schon noch einen Hafen hinbauen. So, einmal Hafen, das geht klar. Und dann muss ich hier demnächst auf jeden Fall mehr Gebiete einnehmen, mehr Strom, Quellen. Also hauptsächlich ein bisschen am Fluss weitermachen, damit wir da noch, äh, Wasserräder hinpacken können. Ja, dann wird das. Ansonsten ist das, abgesehen von anderen Maps, wir können ja mal Spaß, das ist aber hier eine machen. Äh, abgesehen von ein paar anderen Maps, halt so ziemlich exakt das gleiche wie in der ersten Stadt. Äh, hier ist, äh, dieser Camo Dust, das ist jetzt quasi so eine permanente Fähigkeit, beziehungsweise Anti-Camo Dust. Okay. Und ich hasse diese Map, möchte ich sagen. Ich hasse sie so sehr. Hier habe ich natürlich noch nicht die ganzen tollen Upgrades. Hier in der zweiten Stadt natürlich alle Upgrades neu erforschen muss. Ah, das passt schon. Also ich könnte hier, ich glaube hier sind doch gar keine Camouflage-Ballons mit bei, ne? Aber prinzipiell, wenn ich das einsetze, also was jetzt gar nicht geht, weil halt keine Camouflage-Ballons da sind, ähm, dann verlieren die halt für, ne, dann verlieren sämtliche Ballons, die in den nächsten 20 Sekunden spawnen, ihre Camouflage-Fähigkeit. Das heißt, können von jedem beliebigen Tower dann angegriffen werden, der prinzipiell stark genug dafür ist. Und, ähm, das ist nicht so ein Einmal-Dinget, so, waaah, fuck, das war unnötig. Das war wirklich unnötig. Aber egal. Ähm, ja, wollte ich sagen, das ist nicht so ein Einmal-Dinget, sondern, äh, das hat nur einen gewissen Cooldown und das kann man halt immer und immer wieder einsetzen. Das ist schon ziemlich praktisch. Macht einem das Leben an vielen Stellen einfacher. Ärgert mich gerade, dass da einer durchgekommen ist, das war echt unnötig, da war ich echt zu sehr mit dem Kram hier beschäftigt. Wenn ich da mehr auf die Map geachtet hätte, wäre das alles, naja, egal. Jetzt kommt eh was durch. Und genau deswegen hasse ich diese Map, weil sie halt einfach super kurz ist und ich halt nie weiß, wie ich mal die Scheiß-Türmer platzieren soll und halt immer irgendwas durchkommt. Halt irgendeine Wave immer total ausrastet. Ich könnte hier einen Sniper hinsetzen, der ist irgendwie favorisiert für die Map, aber ich sehe im Moment nicht warum, wenn ich ehrlich bin. Die Biegung ist eben auch zu groß, dass man sie komplett mit einem Tower abdecken könnte. Das wäre schon sehr nützlich an sich, aber nun ja. Aber wobei es geht. Könnte schlimmer sein. Ja, okay. Die neunte Wave sollte jetzt nicht mehr das Thema sein. Ja, mit mehr Starting Cash ist das dann auch einfacher. Mehr Startgeld macht schon vieles einfacher, aber dazu müssen wir die Startloch ein bisschen auflöffeln. Alright, ja, das war okay. Kann man machen. Mehr Geld mitnehmen und dann wechseln wir eben nochmal in die andere Stadt rüber.